und damit herzlich willkommen zu einer neuen voll mit csgo wir spielen die die neuen mit dabei ist auch der kober und wie ich lose seht ihr jetzt ich abkacke wow er spielt hier eine auto ach ja fängt er schon mal wie beschissen konnichiwa здrahez im hello da ist der ramp ramp ok ich glaube die labern auch über tss bestimmt Was ist das denn Ramp? Was ist das denn Ramp? Hedda Heaven won Das war ja bei B geblendet Ja, ja Kiep, 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 kiep Kiep Das wird nicht aufbauen Das wird nicht aufbauen Das wird nicht aufbauen Das wird noch nicht aufbauen Dann ist es für uns Für uns Für uns Für uns ist zu einem T9 Nein Nein HP left Nein HP? Bist du sicher? Ich hab mit 12 und 1 CP Nein Warum sind wir nicht outside gegangen? Einer Ich hätte gerne einen Snack Chips oder so Was? Was? What the hell? Wie rushen alle Ein Snack? Ich hab als einzigste Entür gemacht Bin ich jetzt gut? Ja ich bin gut Ich bin so gut Hallo Saptor 6000 kauf dir mal was Wir machen den Regress Wir machen den Regress heute Wir machen den Regress heute Decoi Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich bin da Es gibt's nicht ey Oh. Er hat ihn gekillt. 47 Ich bin so scheiße in letzter Zeit echt. Piu. Wo sind die? Ich weiß nicht, ich bin unten mit der Bombe. Baby? Jawohl. Ach ja. Beide von Rampen. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja. Warum? Ich hab nur die Map ist halt zum kotzen. Da hab ich keine Lust viel zu quatschen über die Map. Ja wir quatschen ja nicht über die Welt. Du kannst ja mit mir quatschen. Als ob wir nur immer, wenn wir eine Aufnahme machen, die Map kommen. Über die Map quatschen. Oh ja. Ach da unten ist er gleich. Und dort. Ein gewohnt in der Mitte. Das war ein Gegner, ja. Bin ich behindert oder bin ich behindert? Ne weinen. Was knapp verfehlt. Oh ja. Das war einPar viewing. Das war ein paarphinä. Das war ein paar tiden. Was stell ich dir hin? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Was prereztiert? Was war ein paar Fahrer? Was war ein paar Fahrer. Bis dahin. Was war ein paar Fahrer? Ich muss kaufen. Nein, aber in der nächsten Runde wieder nichts. Ach du bist geil. Warte nach unten. Natürlich mit einem Schuss. Ja, ja. Du hattest mich kaum Zeit gehabt zu sehen. Warte, ich hätte mich nie noch. Brauchst du was? Nee. Dann kann ich mal Danke sagen, er ist ein unhöflicher Spieler, ey. Das ist echt. Schade. Ich hätte rechts? Nein, rechts. Jetzt wieder links. Der ist aber oben. Was sind das für Ansagen? Du hast unten gezielt, die Rampe runter. Der war aber oben. Du hast doch da unten bei den Kissen gezielt. Ich hab gar nicht gezielt, ich hab geguckt. So, dann sorry. Sag noch einmal zu mir, ich mache falsche Angaben. Gut, dann sag ich nix. Boah, weiß der. Der war ja nicht so schwer zu töten. Der war ja nicht so schwer zu töten. Der war ja nicht so schwer zu töten. Ich weiß nicht. Der kann man zu machen. Einfach zu machen. Da sind Klappen geworden, die man zu machen kann. Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Äh, ja. Da sind Klappen geworden, die man zu machen kann. Da kann der CT-Typ hier nicht durchgucken. Okay. Aber die kann man doch wieder aufmachen, oder? Ja. Aber wenn man die aufmachen, sieht man es ja. Da kann man schießen. Echt? Wenn man offen hat, dann können die halt ohne Probleme durchgucken. Im Umfeld. Okay, Sepp. Danke, dass du mir die Info gibst. Ich hab' ja gar nicht gewusst. 100 Pusht durch. Ah. Er guckt noch in die Ecke, weißt du? Er lebt immer noch. Hinter dir. Hinten links. Es wird gemacht. Was gibt's denn heute so schönes bei dir zu essen? Reis mit Hähnchen und Gemüse. Okay. Dir? Ähm, Schelfisch mit Kartoffeln und Karotten-Erbsen-Gemüse. Danke. Ja. Oh mein Nia. Hm, ich auch. Was für ein Gips-Gemüse. Fleisch. Fleisch. Gut für die Muskeln. Für Sport. 300 Kilo weiß, dass es nicht so schwarz verdrefft. Was war ein größer Schaden? Ah, ich hab auch vor Angross aufgeschossen, aber der hat keinen Schaden gebracht. Ja. 200 Kilo müssen wir schön drauf achten. Ja. Ich bin momentan auf 299,99 also. Ja. Ich bin 290. Wegen dem Sport. Muss mehr essen jetzt. Ich bin 1-1-10. Ich finde es echt schön, dass unsere Teammates miteinander kommunizieren mit uns. Wir kommunizieren ja auch nicht mit uns. Ja, warum sollte ich was sagen, wenn die nichts sagen? Ja, das denken sie sich ja auch. Ich hab doch Hallo-Team mitgesagt. So, wir haben ja auch Hallo gesagt. Wir haben da nicht richtig intuitiviert Ich weiß nicht, wo der ist. Hey, ein Schuss, hallo! Mann, Sepp! Der ist Rampe. Wo du bist oder wo er ist. Rampe. Juhu, im Sprung ein Headshot. Ich mach drei Kills, alter. Ey, Sepp, ne? Das ist jetzt ne böse gemeint, ne? Hm. Du siehst aus wie ein Mongos halziger Wurst. Wie sieht denn ein Mongos halziger Wurst aus? Also, so wie... Warum nimmst du nicht die Bombe mit? Weil du sie weggeschmissen hast. Und wer die Bombe hat verliert! Oh, da ist ja einer. Natürlich steckt da einer. Wie viel hast du ihm gegeben? Null. Weil ich nicht wusste, dass er da ist. Er kann halt Dauerfeier mit seiner Scheißwaffe machen. Hm, hm. Ja, du bist voll salty wie immer. Zu mir. Du bist... Ich? Wahrscheinlich. Ich den App halt ankotzt. Ja, aber deswegen musst du doch nie ne Scheiß Stimmung dann haben. Weißt du? Wieso nicht? Ja, wieso hast du dann... Ja, wieso hast du dann... Ja, für mich. Du machst aber die Auswirkungen auf uns alle. Also auf mich. Sag doch gar nix. Halt die Klappe und spiel einfach. Ja, siehste. Ich halt die Klappe und spiel einfach. Das ist nämlich... Weiß nicht. Das ist so... Boah. Entschuldigung, da werde ich halt was sagen. Mir gefällt auch manchmal eine Map nicht. Und? Ich spiel sie trotzdem und rede. Ach komm, wieso kommt der vorgepusht? Autschei. Ich hab mal getroffen mit der AK. Yay. Der Süd trifft sie ja auch nicht. Wie viele Smokes hat mir bitte. AWP ist immer noch draußen irgendwo. Behind. Echt. Wie unerwartet. Das war ja klar, dass wir nicht defused. Aber ja klar, dass wir nicht defused. Das Bomb has been defused. Das Bomb has been defused. We're under terror is no end. Ein guter Ball mit 1,13. Ich schmeiß mir wieder die Bombe hin. Ah, hinten weg. Ich schmeiß. Let's go, let's go! Ich würde nicht die schlechte Stimmung machen. Das wäre nicht meine Absicht. Hab ich die Stimmung da oben. Ich denke ich gehe nach A. Hinter uns. Wo ist hinter uns? Ja, komm da raus. In der roten Kiste. Hullullullatsch. Ah, gut. Der letzte ist Rampe, weil er schießt durch die Stimmung. Komm da raus. Keiner von uns. Mh, AFK, richtig. Wenn er da eben gerade durch die Wand geschossen hat, ist der AFK. Ja, er ist am Radio bei mir. Er hat gezoomt. Ja, AFK. Wir werden gewinnen. Achso, die Bombe trifft mich bis dahin. Alles klar. Ich war am Arsch der Welt und die Bombe trifft mich trotzdem. Ist der erste Platz? Ist der erste Platz? Ich glaube, AWP steht wieder in Rampe. Ja, wo ist er wirklich? Der war durch. Was ist die Bombe? Einer könnte hinterher kommen. Eine Rampe, äh, war noch einer am Leben. Ja? Ja? Die Heimschiff, Joglu. Ich hab's mal gesagt. Mann, Mann. Wer ist da so soldi jetzt? Ja, weißt du? Um ein Spiel zu gewinnen, muss man kommunizieren. Kommunikation haben, ja. Haben wir aber nicht. Und deswegen war es mir von vorne rein klar, dass wir verlieren. Weil die drei sagen ja nichts und wir sagen auch nichts zurück. Kommunizieren. Ja, ich geh wieder rein. Eigentlich ist es kein schlechter. Okay. Ähm. Also, mal jetzt im Ernst, ne. Ich hab mein Headset auf leise, ja. Also, nicht arg lau. Aber ich hab trotzdem die Steps. Wieso hast du's ihm nicht dann gesagt, dass er da ist? Ich hab's nämlich nicht gehört. Echt? Nö. Okay. I go ramp. Please. Und, der. Ja. Und, der. Das spielt mit einer Deagle irgendwann mal. Guck mal bei mir. Move it, move it! Decoy! Keep home. Blan down smoke. Fire the hole. Push den Lümmel. Da ist er. Das ist schon eins. Er will nicht sterben. Er will nicht sterben. Glock Noobs? Hey, wir haben doch eine Glock Noobs. Anzischt, Glock Noobs. Decoys out. Throw in flashbangs. No. Pew pew. Ich ja. Ich ja. Was soll mit mir reden? Bist du jetzt fiss ich auf mich? Hallo? Ach sorry, ich hab mich wieder auf meinem Mikrofon. Mhm. Ah. Ja. Geile Smoke. Ja, logisch. Ja, logisch. Ja, logisch. Macht besser. Optisch gerecht. Oh, was? Alle tot? Ja. Ja. Von oben auf. Heaven. Ist es A oder B? Ich denke A. Nein. 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 Ah. P90? Hey, ich hab um P. Du. Wenn ihr nicht um P90 unterscheiden könnt. Guten Tag. Mein Herr, guten Tag. Gibt's erster Platz, du Schnitzel. Gib mal ein paar Pumpe ab. Ja. Du bist mein letzter ein bisschen die Smoke, weil das haben wir jetzt wieder verändert. So. Wir shitten die Smoke jetzt. Ganz ok. Klar. Weißt du was? Diese Map, ne? Schön und gut, dass sie die neu gemacht haben, ja? Ja. Aber wir haben sie jetzt schon wieder mehr T-lastig gemacht. Ja. Ach ja. Ich stelle die Visa. Ne. Flash. So, jetzt bin ich auf Null gekauft worden. Drum. Wenn ich auf Null gekauft ist, ist ein Noob. Ich bin auf Null. Die anderen sind alles Noobs. Komm her. Wir sind Oscar Mike. Decoy. Ich pushe die jetzt durch. Oh. Lampel. Ja. Komm her. Wo uns? Ja. Komm her. Direkt in one click. Jawoll. Magister Spiel. Der letzte ist Main. Ach, kommt der da unten raus, ey? Ich bin ja gerade. Ich bin schon 427 Wettkämpfe auszupfen. Wer? Ich. Wer? Wer? Der Bär mit der langen Schere. Auf Null kaufen. Wer nicht auf Null kauft ist ein Noob. Und wer sich nicht trifft ist auch ein Noob. Gilde doch mit Granate trifft. Nee. Wie, da hab ich dich ja getroffen. Flashbang. Jaaaa. P90 Noob. Der kommt. Jetzt. Hoi. 42 und 1. Und der gibt mir natürlich einen Headshot. Hä? Ich gucke mir erst jetzt, obwohl ich einen 42 gegeben habe. Ja manchmal ist das so komisch. Das war's mit Nuk. Und wir sehen uns beim Niko. Nächstes Mal.